So, zwei hoch. Da ist ne fünf. Da ist ne neun. Wer fängt an? Kannst du abdrehen, was man auch mal machen muss? Nein. So ein Mayakashi-Effekt. Das ist wieder auch ganz blitzig. Hast du einen Moment überlegt? Ja. Ja. Das ist wirklich das, ohne irgendwelchen Kunden verteilt. Der nächste Mal Joghurt oder so. Das ist auch 6, 7, 8 Euro. Der wichtigste Punkt für ne Sache, die... Ja. Moin. Dann hätte ich das getoppt. Elf. Will ich anfangen. Ja. So. Ja. So. Ja. 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 Das haben wir beide Gründe, oder? Nicht, das würde ich jetzt zerstören. Achso, stimmt, ja. Ne, wird er zerstört. Ja, stimmt. Oh nein, ich mach mal, genau. Mach mal los. Es gibt hier 2 Dinger, die eklige Dinge haben. Plus 500, mach halt mal 500 auch von denen. Mainface? Wie viel ist das? Effekt Kosten? Oh Gott, das bin ich, hab keine Ahnung. Das sind hier jetzt 2 Katzen drin, die... Ich guck in deine Hand und Bandage der Kart bis Endphase. Effekt Dragoons zum Edden von einem Sea Serpent. Chain Unicorn? Ja. Normal. Effekt. Oh, zerstören und zerscheln und gar keine Ahnung. So ein Teil ich hatte... Effekt. Achso. Den? Oder du? Ja. Das ist irgendwas, Gefühlssache. Genau, dann adde ich mir die Sea Serpent. Pass. Und dann pass. Ja. 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 Es müsste so funktionieren, wenn ich richtig sehe, wie ja. Ähm. Ja. 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 Es hat aber noch einen platzigen Effekt gehabt. Ähm. Effekt. Kosten. Pitch den. Und den. Der specialt sich. Der specialt sich. Er kann sich reborn, wenn die einzigen Monster beim Graveyard in Wasser sind und er poppt eine Face-Up-Karte. Neun Target. Doch. Ja, das ist soweit. Erstmal fein. Ja. Chainlink 1. Target Fenrir. Channing Zeit zum Adden von der Abyss-Bell-Trap aus dem Deckel. Ähm. Kannst du eine Nummer? Ich glaube. Ja. 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 Das ist ja Zufall. Das ist sicher auch gesagt. Ja. 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 EFFECT PRINCE COSTEN SEND SHADOW BODYGUARDS ADD JAGOONS EFFECT SHADOW BODYGUARDS im Special aus dem Deck EFFECT COSTEN zum Belenden von dem Level 3 und Aletriker Wassermonster EFFECT DRAGOONS EFFECT DRAGOONS zum Belenden von dem Sea Serpent DRAGOONS und HEAVY INFANTRY sind nicht ONCE Das ist schon sehr lange her EFFECT DRAGOONS EFFECT DRAGOONS EFFECT DRAGOONS EFFECT DRAGOONS EFFECT PRINCE weil er für Kosten gesendet wird Target DRAGOONS um den zu Special EFFECT DRAGOONS 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 Es ist nur auf Wasser gelaufen oder was? Ja. Effekt, Kosten, Pitch, Heavy Infantry. Special Chainlink 1, Target Berth, Chainlink 2 zum Adden von dem Level 4, Oloa Mermel. Was kann die Trap? Die Special von deinem Face Down. Handdeck. Ja. Handdeck oder... Dead Protection. Eww. Ein Face Down. Und dann, wenn du ein anderes Wort sagst, kann die Trap. Ja, okay. Ich sage ein Game, nächstes Game. Ja, okay, ich erzähl dir nochmal was du machen. Effekt Title. Benish. Benish. Sehr gut. Und... Benish. Ja. 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 Ich habe die Hände gezogen und dann einen Starter. Leider daran. Biskaios. Ähm. Effekt. Um alle Monster von dir zu negieren. Effekt. Kosten. Cent noch aus Kosten aus dem Deck. Effekt. Ähm. Jogunz. Ich würde jetzt gerne bis zu drei Karten von Tier Non Targeting auf die Hand bouncen. Ähm. Ein großes Game eigentlich. Ähm. Ich bounce dir nur das und das. die beiden. Ja. Jogunz Effekt. Ähm. Ähm. Shadow Bodyguards. Ja. Und äh. Und äh. Effekt, weil er auf Friedhof gelegt wurde. Kosten. Um bis zu äh. Drei Level 3 Sea Serpents zu reborn. Natürlich. Ja. Zwischlich. Ein Effekt. Äh. Summon. Summon. Ähm. Ähm. Effekt. Ähm. Effekt. Kosten. Kosten, dann darf er 2 mal angreifen. Battle Phase in der Gave. Das war's Gary. Ich fang an. Ja. Frost Number Man. Ja. Je nachdem. Je nachdem. Je nachdem. Jetzt Chain 1, Chain 2. Ja. Nein. Chain Impulse. Was ist das? Ist das eine Impulse für alles? Ne, die sagt, wenn du Karten kontrollierst, darf ich die von der Hand aktivieren. Wenn du eine Karte oder Effekt aktivierst, der eine Special Sum inkludiert, kann ich das negieren. Wenn ich eine Trap-Karte beim Friedhof habe, auch die Karte zerstören. Ich darf aber jetzt für das restliche Spiel keine Wind, Erde oder Licht-Effekte mehr aktivieren. Ja. Okay. Wenn du eine Trap-Karte beim Friedhof haben, die Karte beim Friedhof haben. Ja. 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 Vorwürdig dann Ball-Party zum Zerstören. Der kann gewählt werden, ne? Ne, das ist eine 15-Gate-Party. Der will durch Kampfer, das kann weggestört werden, ja. Das ist ja auch gleich. Und bei uns effekt annullieren und saugen. Du? Ja. Send-by-Main. Ja. Wo habt ihr alle diese Führungszentren, die sind sehr? Von Events oder von Händlern. Main-Face? Ja. One-for-one. Kosten? Ja. Warte mal. Irgendwas auf sich sammeln. Kann der irgendwas auf sich sammeln? Nee. Der auf Sammler erstmal nicht. Nee. Nee, auf Sammler erstmal nichts. Effekt kosten. Warte mal. Ja. Zum Adden von dem Atlantian. Zum Adden von dem Atlantian. Zum Adden von dem Atlantian. Ja. Zum Adden von dem Atlantian. Zum Adden von dem Atlantian. Zum Adden von dem Atlantian. Ich kann mal kurz vorlesen. Ja. Fakt-Tapuun. Da spielst du ein Vollzeitgegner. Ein Unicorn. Ein Kanto-Line. Du kannst einen Wend-O-Monsterspütze aktivieren. Dann... Da müsstest du noch mal eins, zwei. Dann hab ich hier noch... Main-Face. End-Face-Attack zum Ende. Wann kann kein Ding so fliehen. Brücken. Ja. Ja, ich weiß. Unicorn. Eieieiei. Special. Sie haben keinen Effekt, oder? Effekt. Effekt? Nein, das ist hier. Das ist hier. Das ist hier. Der hat 5. Der hat 4. Der hat 4. Ach so. Effektkosten. Channing 1.2. Ja. Der hat 0.0.0. Der edit mir. Sie. Und er specials. Nein. 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 Effektskosten Summon Megalo Effekt Prints Target Jagoons Effekt Effekt Jagoons Effekt Jagoons Der wird auch nulliert oder so Effekt Jagoons Der wird auch dabei Wow Okay, das ist Bastel 1, 2, 3, 5, 100 Tagoons Jagoons addet mir Heavy Infantry Das ist nämlich das Zahlen von Kosten eines Wassereffekts Das ist nämlich auch der hier Effekt Kosten Effekt Jagoons Effekt Jagoons Effekt Jagoons Effekt Jagoons Ehm, addet mir Heavy Infantry Effekt Das waren sehr schöne Games Er ist nicht Ich mach nix Du machst dann nix Erstmal gucken wir jetzt was Nix Macht Für non-targeting bounce 3 Dann bounce ich den... Effekt Poseidra, Kosten, um Reiz zu reborn. Ich glaube ich habe den Virtustream noch im Deck, ich muss mal gucken. Ich meine... Ja, Sneaker Resurtec für 2. Effekt Kosten, um mir eins aus dem Greyfair zurückzuhalten. Ich liebe es auf jeden Fall. Zeit ist irgendwie nie da, nur Anfang, Ende oder Ende. Aber gut, ich glaube Zeit haben wir wahrscheinlich eh. Battleface 1.6. 2.000. 4.2. Mainface 2. Set. Set. 2. 1. 2. 2. 3. Das muss auch richtig passen. Aber Leute ärgert. Ja. Ja. Stand by man. Normal. Battle. Ich hatte in deinem Zug noch zwei weitere Props. Sees and the Seed edit eine Pop. Oder noch der Graveyard-Effekt von ihr Bandit. Drop eine Draw One und Pop dann nochmal. Das kann ich in der Sombap bauen oder Shifter oder Diss.